Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde, ja, Lego City Undercover. Letzte Vorbereitungen laufen. Und ich würde sagen, wir liegen hier auch mal direkt live. So, wir müssen hier irgendwann laufen. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Hoffe, dieser Schachter oben führt zum Hangar. Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Alle Techniker bitte sofort zum Systemcheck in den Kontrollraum. Okay, okay, jetzt müssen wir hier erstmal wieder nach oben. Ich wiederhole, alle Techniker bitte sofort in den Kontrollraum. Oder wo soll ich denn jetzt zum Hangar hin? Oh mein, ich bin wieder hier. Achso, ich soll da hoch. Ich denn... Haben wir schon gewundert. Hm, ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Weiß ich nicht. Aber eine geile Rakete. Ey, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Junge. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich gehe jetzt mal hier hin. Hier ist nichts. Ah, ich muss dagegen fliegen. Ähm. Batsch, Alter. Okay, wir machen jetzt mal alles da gut. So. Okay, irgendwas muss ich hier noch machen. Was? Ist die Frage. Okay. Okay. Kann ich den grau machen? Nö. Ha. Schade. Okay, hier muss ich jetzt irgendwas bauen. Die Frage ist auch nur, was? Ah, da muss ich grau machen. Gut, dann schieben wir das mal nach da, ne? So. Machen wir das einmal. So. Laser 1 aktiviert. Okay, jetzt fehlt Laser 2. Das baue ich gleich. So. Mann. Baue das ab. Danke. So. So. Dann brauchen wir das jetzt hier hin. Na, jetzt muss ich erst mal kurz die andere Farbe wiederholen. Laser 2 aktiviert. Mal wieder grau. Danke. Laser 2 aktiviert. Okay. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Ja. Jetzt muss ich nach da oben, aber wie. Ah, okay. Ich weiß wie. Moin, ihr Polizisten. Was? Okay. Ah. Ups. Ich fahre den nicht hoch ohne mich. So, jetzt. Da oben ist irgendwas. Da komme ich aber tatsächlich nicht hin. Moin, moin. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Oh. Gehen wir halt hier mal hin. So. Da mal rein. Ach nee, ich hasse das. So. Gut, hier ist die Karte. So. 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 Hi. So. 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 So, au encantatical boom. man diese steuerung von dem ding ist ja übelst kacke hallo und tschüss du bist so besitzergreifend der gehört nicht dir na dann eben uns jedenfalls nicht ja man die dassel hoffentlich warten chance leute schon am drück auf mich wir haben dieses kacke level jetzt abgeschlossen zwei marken ich wüsste auch nicht wo die anderen zwei marken sein sollen ich würde sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat fahrer schlechte nachrichten meine leute warten nicht auf dich am dock ja ich hab's gemerkt sie sind spät dran und mit spät dran meine ich sie sitzen hier auf ihrem hintern oh sie sind anscheinend doch los wen soll ich denn jetzt anschreiben sie kommen also bald richtig denk schon pass ja auf den mond buggy auf so lange sie nicht da sind ich gehe raus auf die straße und schrei ein paar passanten zusammen bis dann fahrer ok stark ich würde sagen das machen wir allerdings in der nächsten folge wenn euch das video gefallen hat lasst gerne liken abo und kommentare schaut außerdem auf meinem disco das war vorbei das unten in der video schon verlinkt aktiviert die glocke damit kein video mehr verfasst haben haut rein und dann wieder auf das andere ciao und 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 und